Was ist der Zusammenhang zwischen Metformin und Gewichtsverlust? Obwohl Studien nicht schlüssig sind, können Metformin und Gewichtsverlust für Nicht-Diabetiker verknüpft sein. Ursprünglich zur Behandlung von Diabetikern durch Senkung des Insulinspiegels auf Blutzucker entwickelt, wurde gezeigt, dass es den Hunger reduziert und bei Patienten, die nicht an Diabetes leiden, als Medikament zur Gewichtsabnahme eingesetzt werden kann. Metformin wirkt durch die Senkung des Insulins zur Verringerung des Appetits, da diese Substanz bei den meisten Menschen Hunger auslöst. Der Zusammenhang zwischen Metformin und Gewichtsverlust wurde bisher nicht intensiv untersucht, wird jedoch üblicherweise zur Verringerung des Insulinspiegels bei Patienten mit Typ-2-Diabetes verwendet. Es wird auch bei Frauen angewendet, die an einem polycystischen Ovarial-Syndrom leiden, da diese aufgrund hoher Insulinspiegel tendenziell übergewichtig sind. Die Forscher glaubten ursprünglich, dass Metformin nur bei denjenigen wirksam ist, die nicht regelmäßig Sport treiben, da es durch Milchsäure, eine Substanz, die vom Körper während des Trainings produziert wird, entgegengewirkt wird. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Sport die Milchsäure nicht ausreichend erhöht, um die Wirksamkeit des Arzneimittels zu verringern. Patienten, die an Richtlinien zu Metformin und Gewichtsverlust interessiert sind, sollten mit ihren Ärzten sprechen. Metformin wird im Allgemeinen nur an Personen verabreicht, die stark übergewichtig sind, da die potenziellen Nebenwirkungen durch die gesundheitlichen Vorteile des Abnehmens ausgeglichen werden. Nebenwirkungen können Verdauungsstörungen und Kopfschmerzen sein. Metformin wird für die meisten Personen als sicher angesehen. Es gibt einige, die Metformin und Medikamente zur Gewichtsabnahme im Allgemeinen nicht einnehmen sollten, insbesondere in Kombination miteinander. Diejenigen, die weniger Blutzucker haben, sollten die Einnahme dieses Arzneimittels vermeiden, da sie den Blutzuckerspiegel sogar noch weiter senken können, was schwerwiegend sein und zu gesundheitlichen Komplikationen führen kann. Es wurde auch gezeigt, dass Sportler dieses Medikament nicht einnehmen sollten, da sie erhöhten Blutzucker benötigen, um bei Sportveranstaltungen auftreten zu können. Die Einnahme vor der Teilnahme an einem Sportspiel kann zu einer dramatischen Senkung des Blutzuckers führen. Um mehr über Metformin zum Abnehmen zu erfahren, sollten Patienten mit ihren Ärzten sprechen. Das Medikament ist nicht wirksam, wenn es mit einer kohlenhydratreichen Diät kombiniert wird. Der Verzehr von Lebensmitteln, die einen raschen Anstieg des Insulinspiegels verursachen können, wirkt einer positiven Wirkung dieses Medikaments entgegen. Dazu gehören raffinierte Kohlenhydrate, raffinierter Zucker, bestimmte Früchte und stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln und Mais. Für eine langfristige und gesunde Gewichtsabnahme sollten sich die Patienten weiterhin ausgewogen ernähren und sich täglich körperlich betätigen. Ein Arzt sollte konsultiert werden, bevor ein neuer Diätplan erstellt wird.